recht herzlich willkommen zur 118 folge von grand age medieval ja wir sind hier am kämpfen und da sind jetzt aber ein paar truppen zusammengekommen da unten steht auch noch was also da sind schon da landwehr die jetzt da angezeigt wird weil die sagt kam von der da unten wahrscheinlich zueinander gehören oder wie sehe ich das ok und das läuft ok die eine truppe ist jetzt aufgelöst wir sind aber immer noch am belagern und wir müssen jetzt gucken dass wir truppen nachkriegen sehe ich gerade sonst was denn hier los waldbrand oder was das habe ich ja noch nicht gesehen das war ja krass oder hammer will den mal aus dennoch den auch noch wenn wir schon dabei sind um bogen schützen spießgeselle und den haben wir dann auch noch so dann sind wir hier schon wieder mit leuten beschäftigt hier unten da ist sogar noch was achskämpfer den schicken wir mal ganz schnell noch dahin sicher auch gott die sind hier überlegen wie sehe ich das na toll das war's nur mal gerade eben fünf einheiten ausgehoben und schon probleme ok dann mal hier das bringt ja nix wenn du da alleine hingehst immer da in die stadt die anderen sind aber nicht wegen geldmangel abgehauen oder so ne weil das kennen wir ja auch schon aber 744 steigt sind wir irgendwo truppen wenn du ist der eine nachgekommen jetzt jetzt wir können wir noch mal aufrufen und können auch noch welche machen denke ich spieler nicht sondern wenn denn kavalerie werde bogen das auch nicht schlecht aber noch so machen wir die fertig noch mal vier einheiten da sind jetzt zwei natürlich jetzt schwierig da die stadt wieder einzunehmen wir müssen permanent und ständig truppen nachziehen dann sonst wird das nix da ist nix da ist auch nix haben wir irgendwo noch da hier ist noch was und wer hier ist noch mal was da ist nix da ist auch nix hier drüben noch welche ja da ist sogar richtig viel da einer spieler nicht immer mal bogen schützen noch fertig läuft 584 tausend geld ist da das sind drei einheiten ich schicke die mal hier ohne da schicke ich den da ist doch schon wieder eine truppe am stehen ja zack die sind schon wieder an unsere leute am ärger hier wird gerade der händler überfallen oder okay sicher ist gewalt so kriegen wir die auch noch okay da kommen mehr sie haben nur noch einer draus gekommen bei uns ja dann gleich mal hier hin zum verstärken ja da unten gibt es auch noch welche okay hopp hopp da müssten ja rechts auch noch her fertig sein oder eine einheit schwertkämpfer ja da sind wir schon wieder unterlegen jetzt kann es doch nicht sein oder 260 keiner ist fertig doch da jawohl da gibt es auch noch wieder welche wir schleichen los wir schleichen los alles klar alle aufsitzen 305 leute hat er hier und wir sind unterlegen oder was so jetzt sind wir ein bisschen stehen wir ein bisschen besser da machen wir ok die kommen auch noch hoch wir reiten los wir reiten los aber hier ist jetzt die übermacht da oder jetzt mal was geklappt aber da kommen die nächsten dazu ja da kommt auch noch eine einheit 593 geld ist jetzt nicht ideal machen wir da geht es hin wie leute sind denn das fünf einheit jetzt ist die frage was machen wir damit da ist keine einheit mehr hier unten muss noch was rausgekommen sein da so gut wie da die laufen auch hoch hier noch was fertig nein hier ist auch keiner mehr ausgewählt wahrscheinlich oder gut aber hier müsste noch ein paar Pferdchen kommen oder eins noch was die noch machen hier ist nix naja da haben wir auch schon hier kann noch was produziert werden ich glaube mit dem mittag der am besten macht er noch vier 500.000 haben wir da oben jetzt auch bekannte da kommen noch ein paar dazu sind keine mehr da oben haben wir noch welche angestoßen die können da runter gehen die zwei einheiten so gut wieder so gut wie da das ist doch schon mal was wo wird gekämpft ok woher bären oder was luchse alles klar ich glaube das hier ich glaube schon irgendwo hat jingles gerade ganz viel da kommen irgendwo welche raus die gehen dann auch unterstützen das waren die Spießgesellen auf die laufen dahin man auch über ein paar Jingle zu hören ab ab in die Schlucht da kommt der nächste raus machen wir das ist da oben noch fertig bestimmt ne nee hier noch irgendwelche einheiten nein gut so gerade mal fertig machen gut nächste einheit auf 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 komm wir nehmen die Stadt wenn es denn lang geht da kommen wir jetzt welche drei einheiten komm dann machen wir erst hier gerade zack sieht das besser aus jetzt müssen wir nur gucken dass wir schauen das sind keine ach so der ist zu groß geworden zu groß nicht mehr sondern größer geworden die kommen die kommen auch da hin die kommen auch da hin was war das jetzt für ein Jingle keine ahnung die zwei einheiten müssen auch noch da hin das läuft noch da ist alles blau das ist gut alle aufsitzen machen wir die drei da wieder läuft ne die kommen von da unten wahrscheinlich ein händler überfallen wer ist das spießgesellen keine ahnung wo die hinlaufen da steht auch noch eine einheit läuft ne die kriegen wir die eine einheit auch fertig oder sieht gerade kompliziert aus gute idee okay so die belagern wir jetzt erstmal schnell sammeln noch ein paar Truppen und da kommen wir nochmal da sind alle jetzt aufgestellt da gibt es nochmal welche die kommen auch noch da hin die Frage wie schnell oh jetzt läuft es relativ schnell die Frage wo der Kampf stattfindet dort das sind wieder die Luchse und oh es gilt mit alle da müssen wir wieder aufpassen die Stadt wird belagert sieht gut aus geht schneller hier unten wird gekämpft sind wir aber überlegen so wie es aussieht ok ja ja wie weit wir da wirklich überlegen sind ist eine andere Frage da kommt immer mehr von dem dann unterstützen wir das mal gerade mit noch drei einheiten so jetzt läuft das besser gut die gehen gut in die Stadt dann da kommen nebenbei alle rein aufsitzen Truppen befindet sich im Kampf ist klar da kommt noch irgendwer der aber sofort kaputt ist ich weiß auch nicht das ist ein Speer oder was tatsächlich so gut wie da gut so gut wie da ja jetzt ist die Frage da oben ist noch eine Einheit schicken wir auch noch da rein 277 Geld wird wieder knapp da müssen wir aufpassen Truppen ausheben ist jetzt nicht jetzt gucken dass wir eine Stadt wieder übernehmen das ist falsch sondern da müssen wir hin sind wir gleich bei 40.000 naja aber das dauert noch eine Weile müssen wir das dann haben aber ich würde jetzt sagen für die Folge soll es erst wieder reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss ciao 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 ciao